Ja, hallo mit O, liebe Nerdlinge. Heute ist es verdammt warm und ich denke langsam darüber nach, ob ich mir für die Videos nicht das Gesicht pudern sollte, damit ich nicht immer so verdammt glänze. Jetzt gibt es aber ohne Umschweife direkt wieder etwas vom Splitter Verlag, denn die lieben Kollegen haben mir auch Magier Band 2 mit dem Titel Eragon zur Verfügung gestellt, damit ich mir das Ganze mal anschaue. Vielen lieben Dank dafür. I am Nerd Nachdem es im ersten Band um Elementarmagier ging, begleiten wir in Band 2 ein paar Rundenmagier auf ihrem Weg durch die Welt von Aran. Titelgebend ist der junge Eragon, seines Zeichens Magier-Azobi, von Hauptmann Kevoram vom Orden der Schatten und noch dazu ein ziemlich aufmüpfiger und nichtsnutziger Bursche, der mit seinen Runen einfach nicht klarkommt. Lehrer und Schüler begleiten einige weitere Magier und auch eine Prinzessin zu einem Portal, das sich nur einmal im Jahr für sehr kurz Zeit öffnet und durch das sie zum Dranan-Kloster gelang, indem sie die dort bisher untergebrachten Magier ablösen sollen. Fast kommen sie durch Eragans Schuld zu spät und es gibt wieder eine Menge Ärger und Spott für den Jüngling, der dies aber schon gewohnt ist und sich weitestgehend lernresistent und rebellisch zeigt. Jeglicher Versuch, ihm den Umgang mit Runen beizubringen, bleibt erfolglos, auch wenn jeder der anwesenden Meister unterschiedliche Methoden hat. Niemand scheint den richtigen Weg für Eragan zu kennen und es scheint ziemlich hoffnungslos. Im Kloster beginnen dann einige merkwürdige Ereignisse, denn die Mönche rasten plötzlich aus und ohne ersichtlichen Grund ritzen sie Runen in ihre Körper ein, schmieren die gleichen Runen mit ihrem eigenen Blut an die Wände des Klosters. Selbst der Abt Paceron weiß anscheinend nicht, was vor sich geht und während die Vorfälle sich mehren, forscht Eragan trotz verschiedener ihm auferlegter Strafarbeiten weiter und versucht der Sache auf die Spur zu kommen. Nicolas Jarry hat in diesem zweiten Band das Szenario entwickelt und einen Fantasy-Krimi geschrieben, der teilweise vom Setting her ein wenig an der Name Die Rose erinnert, also nur wirklich ein wenig. Dennoch gibt es auch hier wieder eine spannende Story, die eine interessante Charakterentwicklung mit sich bringt und am Ende durch verschiedene Wendungen zu überraschen weiß, auch wenn mit einigen Stereotypen gearbeitet wird, wie dem strengen Lehrmeister, der doch nur das Beste aus seinem Schüler holen will und dem entsprechend aufmüpfigen Zögling, der eigentlich gar keinen Bock auf das alles hat und langsam an sich selbst zweifelt. Am Ende wird aber alles zufriedenstellend aufgelöst und man kann das Album mit einem zufriedenen Lächeln ins Regal stellen. Jarry legt damit ziemlich stark nach dem tollen ersten Band von Jean-Luc Istin nach. Das Artwork von Stéphane Creti mit den Farben von Olivier Heban steht dem von Kiko Duarte in nichts nach und zeichnet wieder eine wunderschöne Welt mit tollen Details, auch wenn wir uns natürlich hauptsächlich im Kloster bewegen. Trotzdem gibt es da einiges zu entdecken. Ich finde es einfach wahnsinnig interessant, wie hier nicht mit dem für Fantasy-Literatur doch typischen Schwert- und Magiethema gearbeitet wird, sondern wie da mal ein kleiner Kriminalfall mit Mystery-Touch die Basis für die Story bietet. Das empfinde ich als erfrischend anders und es darf gerne so weiter durchgehalten werden. Große Schlachten, wilde Orks und Barbaren haben wir natürlich schon reichlich gesehen und gerade letztere sind natürlich auch sehr gut in den Konenbänden aufgehoben. Da darf hier mal was anderes gezeigt werden. Kein Wunder, dass die Geschichten aus Arran so langlebige Serien vorgebracht haben, die trotzdem abwechslungsreich sind. Gerade auch die Ausrichtung als Konzeptreihe mit unterschiedlichsten Autoren und Zeichnern bietet natürlich die Chance auf viel Abwechslung, da man nicht an bestimmte Charaktere gebunden ist, deren Abenteuer irgendwann ausgelutscht sind und deren man überdrüssig wird. So hat man es jedes Mal mit neuen Figuren und damit auch neuen Geheimnissen und Herangehensweisen zu tun und das finde ich persönlich ziemlich spannend. Auch in diesem Album gibt es wieder 56 prall gefüllte Seiten mit einer tollen Geschichte innerhalb dieser fantastischen Reihe, die sich wirklich lohnt. Ich bin jedenfalls voll im Aranfieber und brauche allerdings noch einen Lottogewinn, um alles zu kaufen. Wer spendet? Das war es dann auch schon wieder mit meiner Rezension und ihr wisst ja, wenn es euch gefallen hat, dann klickt auf den Abo-Button und die Glocke, damit ihr über die weiteren Videos immer sofort informiert werdet und vergesst nicht einen Daumen und einen Kommentar dazulassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Und im Ernst, spendet. Ich brauche diese Comics, bitte. Ich fühle mich einfach nur schmutzig.